Ich glaube, der analysiert jeden Player den Matches von Mixen. Ja, das ist echt geil. Wir haben letztens erst Melee eingefügt. Voll neu. Das ist schon gar nicht fanartig. Vor allem, man kann auch selber in der App gucken, Konflikte öfter hin und sowas. Ja, vielen Dank. Okay, ich mach jetzt mal. Okay, das ist ein Brick-It-Laden. Ich dachte, die nicht so lange und langsam wäre. Was war mit eigener App entwickeln? Ja. 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 Ich tu ihn einfach mal rein. Tü, Tü, Tü. Tü, Tü, Tü. Tü! Tun also mal rein und dann führen wir einen überleitigen Ammannstraat. Kann ich das jetzt hier nochmal machen? Kann ich das jetzt nochmal machen? Geht nicht. So hat sie das. Juhu! Bei der API-Key habe ich den Ritter gespeichert. Next. Next. Hast du gesehen? Wir hatten das Feature hinzugefügt. Ja, was denn? Man kann Randomized Teams machen. Oh! Das ist aber... Okay, finde ich gut. Die ganzen Kommentare waren, wenn... Wollen kann es... Das ist ein automatisches Feeding-Webseite. Die Elo-Verse macht. Von Leuten. Die musst du nicht mehr selber speeden. Also es gibt hier einen rough estimate. Und der ist echt gut. So, wie mache ich jetzt hier... So, wie mache ich jetzt hier... Das ist so langsam... Das ist so langsam... Das ist so langsam... Ich glaube, ich habe jetzt jemanden Falschen removed. Nee, eigentlich kommt immer noch so ein Ding. Ich glaube, ich habe das mitgebracht. Das ist so langsam... Okay, das ist dass der Erwartung... Okay, dann kann man ihn loslegen. Ich halt so langsam... Ja. So, äh... Achse mente jetzt... Verkackt oder... Muss ich das noch mal machen? Ja... Ich merke... So schlau ist schon die Erwartung. Ja. Dass der Erwartung ist... Okay. Baba... Jojja... Jojja... Jojjaaa... Das ist mein Geist. Jeno. Okay, Part 2 Games. Part 2 Games. Ja, willkommen zu Jeno 177. Wir haben ein spezielles Guest von weitem. Hallo! Ja, er ist nicht der Präsidenten des USA. Ja. Okay. First of all, wir haben heute eine Kiste. Es gab ein Break-In. Und die Kiste ist gebrochen. Wo bin ich denn? Ja, nächste Woche werde ich die Kiste für die Kiste. Aber heute habe ich die Kiste. Okay. Ich werde erst announce die Matches. Dann können Sie kommen und spielen. Und dann spielen Sie die Games. Für die Pfle und Pfle und Pfle. Ja, Pfle und Pfle. Wut, Pfle und Pfle. Gatema und O-Long-K. Wingsplitter. Mixtret und Naf. Vanampen und Leather. Und Kuman. Kuman wird hier in etwa 10. Schütt. Schwarz-Garben und Heffel. Ich glaube, das ist ein Knall. Schwarz-Garben und Heffel. Danke. Vielen Dank. 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 Thank you. I'm... 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 I... 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 ... I... I... ... I... 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 Das war der Problem, oder? Ja, eh, oder? Ja, Nick hat ihn gut gemacht. Ja, er hat's gut gemacht. Ja, das geht, Nick. Das validates Miki-Wise. Also, I think the tags are backwards. And I don't know how to change them. What is Nyxstrat good at in this match? I think... Nyxstrat neutral is aggressive, yet positional. He plays very safe in neutral, but knows when to go in. And Goundman is also an aggressive Westfall-style Red Falco. Yeah, I would say Nyxstrat plays like... kind of a mixture of Mango and Madzai. Yeah, Goundman also good at picking his spots very carefully. Knows when to keep on the laser pressure. And a polished combo game. You and, uh, turn down for Walt's next set would be set. Wait, 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 what's this? And he kills the backer! No shall not sleep! Oh no, I was not here! Oh my god! This is the craziest melee match of all time! Ohhhh! Goundman with the magic. No, that's the Goundman! That's the Goundman! That's the magic! That's the magic! That's the magic! There have been at least two friendly sessions with Nyxstrat The one game I won in the 50-plus game session has been with that downer. Who's counting? I don't know. It's easy to count the one game down. Yeah, yeah, fair. Nagy's so good at reacting. Like, reaction text isn't with Falco. Also, there's a mouse on the screen. I thought that was a myth. Oh, wait. I mean, I think it's like a half reaction. I don't know. But then Mango always gets it. Yeah, yeah. He definitely gets it. Oh, I think... I think he tried to force that. Oh, I should've downfield. Actually, I don't wanna be that commentator. I think the optimal... That's a DJ Nintendo. Ah. Mango gets the craziest clip of all time. Yeah, actually, I think if he nerred in the third move, instead of downerring, that was more guaranteed because me, teacher Nintendo, I'm a great Falco player. You probably would've hit that DJ. Yeah. Nah, I'm just joking. I was gonna say, this one Nintendo likes the kid. That was fun. Oh, that's OD. Nah, that's not safe. Wait, no. That's a move. Oh, that backward was so OD. Oh, wait. One for the... Money Man. Yeah. I mean, we should swap the colors, but you know... Wait! We can just do this, right? I don't know. Yeah. Is this... But it's not updated yet. He's gonna omistop. Oh, yeah, the colors are there. Oh, yeah, the colors are there. I see. Or you... Or set him to... Two. What? Or him to two. Oh. Oh. Yeah. Oh, okay. I see. Wait, I thought Nick was up. I got messed up. He's so good at doing that downer. I can never get it. No, I'm confused. I swear to Gelford. What? I swear to Gelford. I hit him downer. I mean, Nick's definitely neutral pal. Yeah. He would've... Nick doesn't play like Westbrook. Nice. Oh, that is... Oh. Oh, it's just down to... Nice. Alright, that's definitely Nick. I think the... I think the colors are correct now. Yeah, yeah, yeah. Oh. It's fine. Nick is the reverse trio master. You guys all seem about Feriddo. I haven't spoken this much into a mic in one day in... Probably ever. Oh, yeah, you're in the zone. Yeah. I'm content... Content mode. You need me harassing you in chat to be your best. Yeah, I was gonna say. Chat feels awfully lonely. Ah... 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 What the fuck? What the fuck? For sake... Now, if anyone was a rising minstead, there was a jungle. Oh, yeah! Oh, God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. P.P. Stalled. It took me a hell. Oh, God. I didn't even peepee stole that much. Just run over me. God, that was so hype, dude. I'm still right in the hype. It was actually sick. I got no work done while watching. Not like I was gonna do anything, either. Where you at work? Yeah, yeah. I got paid for watching you... Fuck yeah. To do that, so... That's sick. I love that. It was funny, because it was... A bunch of homies from Melee that don't know that much of Pokemon, and then absolute complete Pokemon nerds from the Narslock Discord. Yeah, yeah. I got that vibe, because they knew what was going on. Yeah, yeah, that's a fire strat. Yeah. They were predicting the strat you were gonna do. Yeah. Yeah, like... Backstead Gaming. Yeah. Yeah, the only way is to go pound them on the kingdom. Yeah. Did you kinda... Did you kinda have... An idea of, like, what the chances were? Like, at any... Like... Uh... I kinda described it, but not that much. Yeah, sometimes you described it. Yeah. Oh, first 46. But yeah, the start where I got, like, attack boost five times, I think that's, like, literally one in 15,000. I'm not sure if I saw that before. Yeah. Okay. That was the literal first five turns. Ah, okay. Yeah. I got a one in 15,000 chance. And would you have been able to do it without that? Yeah, yeah, yeah. Like, actually, honestly... I mean, it made it kinda easier, but I had to deviate from the plan. And Nixhtrat takes an attack. Nixhtrat takes an attack. Nixhtrat reverse 3O master starting the reverse 3O. Where is he going? Yeah, good choice. Try to cool Nixhtrat down. Das ist ein sehr guter Downer, aber ich glaube, es ist ein sehr guter Downer. Das ist ein sehr Westbolt-eske Downer. Das ist ein sehr guter Downer. Oh, ja, absolut. Das ist ein sehr guter Downer. Das ist ein sehr guter Downer. Weil es die G.O.A.A.T. Oh, sorry, ich bin ein Bias commentator. Sorry, guys. Bias, Italien. Italien Falco. Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war für mich. Weil ich immer Double-Lazer habe. Du hast das viel gelernt. Das war ein bisschen. Das war ein Rind. 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 Drei. Das war ein Rind. Die Nächte ist Tomahawk-Shine. Gets me every time. Players are so skilled and fast, my eyes can't follow. Good attempt. Everybody gets upset sometimes. I had a slide set against Luigi. He went to Luigi. Two games I met. Is this Winners Quarters? Uh, yeah. Winner of... RML and... Winner of... Last year they were mixed draft. What? I think last year they were mixed draft. Uh, I don't know. Wait, 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 this is close. Hold on. This is clutch situation. Yeah, I just know that I'm gonna play against these trading cards. Yeah. Uh, Red Skeleton. Oh! 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 Insane after this. This is like such a hot experience. Oh! Oh! You're a real touch. Thank god Ash. Oh! Yeah, you should have. Living. Oh! 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 He heard you! Living! Oh! 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 Good try, good try. Get out! 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 Is Mario still playing people? What is happening? Yo, Sebi! Whatever. In fact, better. I don't want to commentate. I don't want to play. It's gonna ruin my hype. Alright, Banana vs. Doomad might be a while. What? Banana vs. Doomad might be a while. See, if I played one of them today, it would've been over three. Who's Doomad? I don't believe him. He's playing on the box. He just moved here from... Oh, really? I should play. He's from the same city as like... A pox? I lost 0-3. I got it. It's a crazy good fox player. Uh... You won, right? Yeah. Alright. It's a battle of the S-Tag... S-Long-Tag fox players. Oh, shit! That's like, uh... Peco's Mile from Ping Pong. I think Owen's gone on stream. Tove! Uh, Finn! Do you guys wanna play on stream? Uh... Do it! But it didn't be just to be too less... It's free! Go! 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 Wait, wait, wait! No, no, it's fine. It's fine. Listen, Finn. You don't fight for no stream. You fight for stream. Don't... 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 Wait, put their tag as Smile and Peco. I actually don't know how to change this. I don't know. Jonas... Oh, wait. Let's do this. I mean, you just type it in, right? Yeah. Wait, clear. Clear, clear. Clear, and then... Probably... Okay, let me... Get this shit out of here. Alright, I got it. It's gotta be this, right? I mean... Alright. Got it. Man, I need to practice. What... What happened? He lost against me. Ah... Ah... Well... This the waker call you need. It's the match of the center. Oh, it's fine. Wait, no. Oh, they're getting right into it! Right into it, no warm-up. No warm-up. It's just like the old days... Scar. Let's go toe. With the AXO tag. AXO? Is that the magic? No, it's not. It's big, but with the slice spike! 69%! With the slice spike. AZ! AZ! Oh my god. We need the trackers. Yeah. Down smash. Anti-air. Yeah. Down tilt, right? Why does down smash anti-air? I actually hate that. Down tilt. And down tilt. All of Sheik's moves are anti-air. Oh, do you see the slide-off? Such a smart play by RML. Sheesh! Amazing set. Oh, look at the careful positioning. During the Asgard. Crazy down smash. Do you know why his tag is RML? Why? Because his last name is Ermel. Oh, that's very good. Nice. How do you say it? Ermel. What about pink, bud? What's pink about this? It's a Wii type. Yeah, yeah. It's actually what I was thinking. Wait, so what? It's a pink kush, maybe? Yeah, it's Wii. Alright, that's sick. Alright. I think it's his favorite Wii type or something like that. Nice. So he's like, automatically sponsored, kind of. This backer was brought to you by PinkBud. Oh my god. Spotted by Axel. Nobody from here smoke yeast, right? Because it's illegal. I'll never admit that. My only interaction with weed is Nick smoking while I play Emerald Kaizo to bring me good luck. I saw that there was a light. It kinda was. He turned in the stream and he just like has it in his mouth. While I'm like going through every motion possible. I think. Hopefully. I won. Yeah. He won nice. It was crazy though. Heracruz lived on 1.8 speed. For the run. And he's dead. I'm just dead. Big blood. Big blood. Big blood. Cause he plays Fox with the free method. Look at him spamming Kraut's cancel because he knows. Kraut's cancel? That's a cheap tactic like teabag. Du kennst den T-Back-Ford, du kennst den T-Back-Ford, aber die Leute wissen nicht. Ja, position dich auf den Crowd-Stack-Ford. Oh, der Homie! Will der Homie stopt ihn zurück? Oh, hell no! Typical chic-player. Das ist chic-behaviour. Chic-behaviour. Okay, Zeb is Peco. Alright, we establish who's Peco is. Oh, and he takes the stock right back! Oh my god, he don't need no Homie stock. Oh my god, what an escort. They're never gonna wanna play on stream again. They're gonna quit, yeah. They're chatting while they play. This just like Mango Lucky at the Big House 4. Oh my god, did you saw the podcast? I saw the first five minutes. I saw it during my vlog. It actually sounds chill as fuck. I'm probably gonna listen to it tonight. Wait, wait, important question. The sound was off during my stream, right? Yes. Okay, well, someone should have said something. Yeah, at the end I realized when you guys were like trying to have the music on. But like, you could hear the menu. The menu, the menu. The menu stuff was loud. Yeah, yeah, yeah. Well, when I edit the video, I'm gonna put the music back here. Okay. It's so much hyper with the music though. Like... Yeah. It's kinda chill without the music though. It's not the vibe. We have a tight game, Toph. Tidying stocks and percent. Who is Axe? Axe! 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 Muro is an infinite player. Axe! By the way it's so hilarry! Um... Piq House, necessarily Лев... Ssst Meetings on... ...yle. It's so crazy. Ah yeah. Why does it miel onsig? More like tac... I love the... Pikachu foos... Who works in bar. Yeah yeah! Awesome projekt. Ja, ich habe meine... LuckyBean 061 ist die größte Magik Sache. Ich denke, es ist so lustig. Es ist so lustig. Es ist wie wenn ich mit Fanzer in Losers hatte. Es ist das Gefühl. Es hat eine wirklich schlechte Jahre. Ja. Ich denke, die meisten Curse ist, dass Lefner 30, nachdem ich nicht entdeckte. Ich denke, sie hat es gewonnen. Ich denke, sie hat es einfach gespielt. Sie hat es auch gespielt. Und sie hat es auch gesagt. Sebi, was ein Wettbewerb. Ein kleines Schlip-up. In der ersten Talk. Ich verabschiede. Ich verabschiede. Ich habe dich beob徒 da gesehen. J atle gesehen. igем. So zucı. Wollt varaend. Wenchan. Wollt. Wollt! Ja. Wollt. 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 Es wird das. Wollt. Ihr ztag geht über das? Yapt. Wollt. Ach. Also geht es. He is f***ing me up Spoke weed every day I'm gonna go outside too I'm gonna go outside Bye good people Check out Magic on Youtube Infamous Pokemon streamer Makes advertisement for himself On YouTube Top Top Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja Submiten 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 Das war's für heute. Gareth, was ist das? Ich bin so schrecklich, dass du mit dem JTN bist. Ich weiß nicht. Es ist nur falsch. Es ist nur falsch. Oh, das ist falsch. Ist das nicht falsch? Gut, dass man das im Hintergrund sehen kann. Ach so? Oh, ja. Was ist das? Ja. Ich weiß nicht. 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 Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir sind klasse hoch und vielいます. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Another one. Okay. 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 Was ist er? Welche Projekte haben wir? Er ist möglich! Der Fosag, der Fosag! Nur 7 mehr! Ich denke, dass wir die Zeit haben, dass wir 16 Stunden haben. Was ist das 16 Stunden? Ja, das ist weird. Das ist die meisten Zeit. Ja, 14? Und da ist Koxi in der Zeit, Koxi und Mendes. Und die anderen sind so weird. Es gibt viele von den Mid- oder Mid-Highlanden. Ich hoffe, dass Alex nicht mehr mit ihm sein wird. Ja. Das ist ein Kino. Ich bin ein Kino. Arter hat einen meiner Lieblingssätze auf jeden Fall. Wer hat? Arter und Alex. Wir haben Kino. Oh, das ist das. Nishima, 1.0. Sektor. Okay. Oh, das ist so cool. Was das so cool? Das ist so cool. Ja, das ist verbunden. Oh, ich denke, er hat sich versucht, es zu verbreiten. So cool. Oh, ich weiß, was das? 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 Oh my god! 77% I just really want to try four minutes. This would be a timeout Oh! 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 128 Game time, Toph! It's like Heracross with one HP left Let's go Heracross Are we going to the Fountain Dream? It's been a lot of Unders, it's got to be another one Oh my god Oh my god Don't say that Okay Okay For whom? Samus or? Samus Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god That was at 27% 126% It's 126% It's 126% Let's see Oh my god Oh my god Yeah, that was at 27% Next up, I'll save No, it's over No, it's over Jetzt ist es schnell. 1 HP? 1 HP? 2 HP? 2 HP? Ouv 2 HP? 1 HP? 2 HP? Detachbar ich das! 2 HP? 1 HP? 3 HP? 2 HP? 1 HP? 1 TV? 1 HP? 1 HP? 2 HP? 3 HP? 2 HP? Ich hab mich bei dir eine Nase gemacht. Ich hab mir gedacht, dass ich auch meine Nase gemacht habe. Nein, das Winners' Final war. Nein, das ist die Nase-Winners' Final. Oh ja, ich probiere. Das war ein guter Versuch. Das ist es? Ich nehme die 3-2. Ich denke, er adaptiert und ich bin auch 30. Ja, der Up-Tilt. Ja, der Up-Tilt ist ein bisschen zufrieden. Der Klassische Double Jump in Neutral und ich bin. Das war ein guter Buch von ihm. Ich habe nichts anderes. Ich habe mich beeindruckt. Ja, aber er sich positioniert. Ich denke, es gibt ein paar Mal, wo er sich einfach in der Luft fliegt. Ich versuche, aber ich glaube nicht. Ich meine, ich habe nicht die Methoden. Es ist definitiv ein Rang, wo es einfach so ist. Ja. 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 Ich weiß nicht, wie oft. Ich weiß nicht, wie oft. Aber dann, ich glaube, du einfach nur... Ja. Ich weiß nicht, wie oft. Ich weiß nicht, wie oft. Ich weiß nicht. Auf der Zeit, ich habe das Interaktion. Es ist wie du nicht wissen, wie ich es verspricht. Ja. Aber auch meine Punisher ist das. Ich habe zwei gute Konvers. Und der Rest ist ein Neher. Ich habe ein Narzis. Ja. Ja, ich werde sie. Ich werde sie nicht gewinnen. Das ist mein erstes Top 8 mit Maldemann. Let's go. Aside von den Amateur Bracken. Ja. Marius. Ja. Oh, ich wollte es sagen. Ich glaube, ich kann ihn nicht. Ich glaube, er kann ihn nicht. Er spielt ihn safe. Es wäre so gefährlich. Ich glaube, er kann ihn nicht. Der Wettgepp hat ihn nicht. Ich glaube, er hat ihn nicht gewonnen. Ich glaube, er wurde nicht die Gegend. Und er hat zwei Lester. Du siehst das? Ja. Was das ein Fan? Nein, ich bin sehr sicher, dass es Galind. Oh, wow. Ich liebe das Charakter. Das ist schrecklich. Oh, ihr wisst nicht über mein P2 Lester. Um, es ist ja. Wir waren auf der Train. Wir waren einfach nur da. Ich habe gesagt, okay, wir haben die 15 Galind. Ich habe gesagt, für einen Fall, ich war auf P3 Lester. Das ist eine Lester, 15 Galind. Ich denke, es ist alle Input. Ich habe meine Slippy Stats und ich habe 1 Fram. Das ist wirklich gut. Ist das Max 4? Ja, das ist gut. Das ist verrückt. Es ist für eine Foxe Evert, 11. Ist es, doch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das Reden ist gut, weil ich nicht so vieles zu tun. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist meine Olden. Ich weiß nicht. Das ist der Fan. Der Fans ist wütend. Da ist keiner von den Fan-Fan-Fan-Fan. Da ist nicht so eine Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Der Nick Beef? Ja, der Nick Beef ist der Surprise Count. Beef Shreds? Beef Shreds. Nick Shreds? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's für heute. 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 Yeah. Das war's für heute. Wow. 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 Das war's für heute. Oh, wow. Wow. Das war's für heute. Oh, wow. Das war's für heute. Oh, wow. 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 Wie ist das richtig gefühlt? Spätestens 21. Rewind. Man ist, dass es mehr in der Stage lag war, dass er sich so mehr besinnt hat, dass es dann ab Game 2 passiert. Bei Game 1 ist es dir einfach komplett zerstört. Äh, ja, auf der anderen Seite ist es leichter. Er hat also mal so, ich bin in der letzten Spiel, die ganze Zeit. Und auf jeden Fall, es ist einfach leichter für mich, den der Stage zu halten und dann fangen wir das auch zu überschalten, weil da der Stage lag ist. Ja, das stimmt. Ja, wir haben ja vielleicht schon den Downs bei 5 Jahren. Ja, das ist halt nicht, weil da keiner. Ich kann nicht zurückziehen können. Ich könnte für wirklich das aufmachen, das habe ich dann mit der Gewerke, dann ist einfach vorher noch anderthalb Schritte näher ran. Und dann könnte ich sie mit dem Mixer auch wieder spielen. Ich kann sie halt nur nicht von der Mitte der Stage ausspielen, weil die Mitte der Stage halt einfach weiter weg ist. Also haben sie halt auch wieder up. Ich kann sie jetzt auch nicht mehr nehmen. Ich kann sie einfach nicht mehr nehmen, Es ist richtig Spaß zu Spaß. Vielen Dank. 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 Oh ja, das sind nur Game 5s. Zweite Mal, dass er dadurch ins Top 8 gekommen ist. Beim Charlottenburg Pornacles war es ja auch gut. Ja, schuldigung. Kannst du mal achten, dass du wirklich jetzt direkt bist. Ja, jetzt geht es an den Nachbar. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Okay. 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 Okay.